Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in den Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das hab ich nicht? Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologer. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch. War ein Streit. Er... Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas... ...davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man... ...man müsste sie... ...erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Konstantin und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können... ...oder wollen. Ich bekämpfe Trinity mit Ihnen. Aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden Sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Jakob, sind Sie da? Jakob, sind Sie da? Verdammt. Wo ist er? Wieder allein. Jakob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam. Irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er nicht gut ist. Ich bin nicht gut, dass er nicht gut ist. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er nicht mehr weiß, als er nicht gut ist. Ich habe es zu vergeben, dass er nicht mehr weiß, dass er nicht mehr weiß, ist. Nehm smallen Schmerzen zu gehen. Sie sind zurück. Gut. Dann können Sie uns helfen. Gut. Was ist das? Ah! Ah! I worth it. Beautifully geht es an derr style. Oh, nein! Ha! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.